Das Spiel zwischen Salzburg und unserem ESG Sturm ist gerade vorbei. 0 zu 5 am Ende. Eine richtige Klatsche, muss man ehrlich sagen. Unsere Blackies von Anfang an unterlegen. Also heute hat auch alles zusammengepasst, was irgendwie schieflaufen kann in einem Fußballspiel. Eine frühe Verletzung, eine rote Karte in der ersten Hälfte, Elfmeter gegen dich. Der Gegner hätte eine rote bekommen können, meiner Ansicht nach, die auch nicht gegeben worden ist. Und im Endeffekt summiert sich das dazu. Eine sehr schwache Leistung unserer Jungs. Und deswegen das 0 zu 5 auch dementsprechend hoch ausgefallen. Vielleicht der Ablauf schon nach 8 Minuten. Die frühe Führung für die Salzburger nach einem indirekten Freistoß in unseren 16er-Kopfball von Frederik Gultbransen. Und der trifft eben per Kopf zum 1 zu 0 für die Dosen. Die dann eben nach etwas mehr als einer halben Stunde auch erhöhen, per Elfmeter. Zunächst aber gegen dem ein, nicht nur das Foul eben, sondern auch ein Platz weiß für Schulz voraus. Schulz, der im Endeffekt, ich glaube eben gegen Gultbransen den Zweikampf führt. Und ihn dann halt auch erwischt. Meiner Ansicht nach keine klare rote Karte, weil ich mir einbilde zumindest, dass da durchaus auch ein weiterer Sturmverteidiger daneben gewesen wäre. Dazu noch Keeper 7 Handel. Aber okay, war auf jeden Fall eine rote Karte. Und den fälligen Elfer verwandelt Berischer, der blöde, ich schimpfe jetzt nicht, zum 2 zu 0 nicht, weil er den Elfer reingemacht hat, sondern eben wegen diesem verschissen provokanten Torjubel in Richtung eben der Sturmfans. Also das kann man sich einfach sparen. Völlig unnötige Provokation vom Kosovaren. Und eben, ja, das war dann das 2 zu 0. Das 3 zu 0 dann noch Sekunden vorm Seitenwechsel. Also eigentlich eben mit dem Pausenpfiff. Salzburg tankt sich da über die rechte Seite durch. Der Ball kommt zu Dabur und Maricic ist, wie ich gehört habe, als letzter dran gewesen. Im Nachhinein wurde das Tor also als Eigentor gewertet. Und ja, das war eben dann das 3 zu 0. Also ganz ehrlich, ich glaube, die Allerwenigsten haben da nach den ersten 45 Minuten wirklich noch auf ein Fußballwunder gehofft. Ich persönlich habe da auch keine großen Hoffnungen mehr reingesetzt. Naja, am Ende ist es dann in der zweiten Hälfte eher so aufs Verwalten ausgegangen. Genau, vielleicht noch ganz kurz. Husbeck hat sich auch früh verletzt. Für ihn kam dann Lovric ins Spiel. Und ja, wer eben die schwarz-weißen Spiele verfolgt hat in den letzten Wochen, der weiß, Husbeck war schon einer der wichtigsten Akteure eigentlich bei unseren Blackies. Und ja, das hat natürlich auch ein bisschen eine Rolle gespielt dazu. Genau, auch eben ein Foul von Gulenbranzen an Siebenhandel, das durchaus mit Rot auch gewesen wäre zu pfeifen. Auch, ich glaube, das war jetzt nicht ganz deutsch, aber ja, ihr seht, ich bin auch ein bisschen durchdreht. Ja, eben das so, die Highlights der ersten Hälfte. Und dann im zweiten Durchgang lange Zeit eigentlich gar nichts passiert. Wenn was kam, war es nur von Salzburg. Unsere Blackies auch ohne wirkliche gravierende Torchance. Im ersten Durchgang vielleicht noch ein Kopfball. Ich glaube, Daniela war so in der zehnten Minute. Dann kam eigentlich auch nichts mehr. Und im zweiten Durchgang noch ein Freischuss aus der Distanz. Ich glaube, der war noch von Lyko. Sonst gab es auch wirklich nichts Vernünftiges aufs gegnerische Tor. Und eben dann auch noch die Tore zum 4 und 5-0 am Schluss. Ja, das 4-0 von Jonas Dabur, der eben im 16er zum Abschluss dann kommt. Und das fünfte Tor wieder Dabur. Schön ins Kreuz, muss man sagen. Ja, und das war es dann im Endeffekt auch. Sehr, sehr bitter. Die Tabellenführung ist eben ganz nebenbei jetzt auch weg. Salzburg hat uns überholt. Das ist jetzt für mich persönlich nicht unbedingt das Bitterste an dem Ganzen. Also einfach, wie gesagt, dass man sich schon so ein Stück weit hat abschlachten lassen am Ende. Das ärgert mich persönlich. Auch ein bisschen die Feigheit, ich muss es wirklich so sagen, die Feigheit eben von Franco Froda. Aber man hat auch beim Stand von 0 zu 3 jetzt nicht wirklich versucht, irgendwie noch etwas dem entgegenzusetzen. Auch bei den Wechseln. Man hat wieder, wie man es oft gewohnt ist, bei ihm lange Zeit gewartet. Ja, bis man wirklich einen Wechsel dann auch aktiviert hat. Es kam dann auch Zulechner irgendwann in die Partie. Dafür ging dann Allah auch noch raus. Und ja, klar, es hat dann alles zusammengepasst. Im Endeffekt eine bittere Niederlage für die Blackies. Völlig verdient, muss man sagen. Salzburg klar besser. Da darf man sich nicht beschweren. Aber, naja, nach dem Spiel ist vor dem Spiel oder wie das Sprichwort so heißt. Von dem her, der nächste Gegner ist der Lask. Da muss man sich wieder zusammenreißen. Und im Endeffekt, ja, kann ich da das Resümee nur mehr ziehen. Das Spiel so schnell wie möglich vergessen. Und sich eben auf die nächsten kommenden Aufgaben konzentrieren. In diesem Sinne war es das dann auch schon wieder von mir. Ich wünsche euch was. Euer Elias. Nichtsdestotrotz natürlich auf die Schwurzen. Und bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.